Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Live is Strange und wir müssen jetzt irgendwas machen, hier passt gar nicht genau was wir machen müssen. Wir wissen, ob ich zu Nathan und ihm sein Handy abziehen kann. Wo finden wir Nathan? Okay, was muss ich? Oh Okay, das war natürlich nicht so gut Und dafür hier Mit wem reden wir dann am besten Ja Mit dem nicht, mit dem auch nicht Ich bin nach Nathan Prescott und ich dachte, er könnte in dein Klasse sein Ich bin froh, Max. Ich glaub nicht, dass du und Nathan waren genau Freunde Ich bin froh, Max. Ich bin froh, Max. Ich bin froh, Max. Ich bin froh, dass du ihn aus dem Kampus gesehen hast. Aber du siehst, wie du mehr auf deinem Mindest als eine Frage hast. Das ist richtig Ich bin froh, Max. Ich bin froh, dass du diese verrückte Dinge in Arcadia Bay Ich bin froh, dass du diese verrückte Dinge in Arcadia Bay Ich glaube, das ist außerhalb der Wissenschaft Ich glaube, das ist außerhalb der Wissenschaft Nothing ist außerhalb der Wissenschaft except für unsere Lack von Wissen Wir können nie wissen, warum Aber das nicht verändert die Realität Ich bin froh, dass die Realität Ich fühle mich, dass es verändert wird Sie sind vor uns Du und Samuel, beide. Wir haben darüber gesprochen, bevor du hier kamst. Unser Planet ist verändert, aber es ist nicht mystisch. Es ist Erosion. Du denkst, das ist warum alle diese Tiere sterben hier? Well, unsere shoreline ist weg, nicht zu sagen, die daily contamination von den Osten. Das ist alles, was du brauchst, Ich bin froh, dass ich auf den Osten und wilde Tiere hier Ich bin froh, dass du etwas weiß, was ich nicht Was über Wormholes in Chaos Theory und Chaos Theory? Ich bin froh, wie Zeitgeist. Die nur Wormholes in Arcadia Bay sind Untergrund, und Chaos Theory ist einfach das. Aber wenn das über Zeitgeist ist, dann bitte ich mich auf. Würdest du wirklich verändern? Nicht nachdem, dass die Bratwurst story Das Geräusche ist. A Sound of Thunder Ich bin froh, aber es betrifft Dinosäure und Butterflies. Zeit ist wie eine Karte, Max. Eine Karte, und es kann alles herausfinden. Ich glaube nicht, dass die Beobachtung helfen würde, Kate Marsh. Oh, Max. Ich bin sehr entschuldigt, dass du das überrascht hast. Kate ist die liebste, die ich in Blackwell gesehen habe. Und sie können sich so cruel sein. Du musst mit einer Counselor sprechen sprechen? Ja. Blackwell braucht es, ja. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. So, Prescott-Familia. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions too. Oh, Tiere. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. What's happening to the animals in Arcadia Bay. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman. And he'd take me out to hear the whales sing. Now they... They just cry. Oh, it's... Eekokaos. Do you think this is some kind of eco disaster, or...? I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. Was kommen wir, die töten Vögelchen? Tabanga, was ist das? Es geht nicht. Was ist das? Und ein Foto machen. Schon süß. So, jetzt können wir auch reingehen, denke ich mal. An den Chloe erstmal. Der Fluss ist klar. Es wäre so cool, wenn wir hier zusammen mit der Schule gehen. Aber jetzt können Sie den Jefferson sich selbst haben. Jetzt gehen wir in den Blackwell Ninja Mode. Okay, cool. Ich freue mich schon auf den neuen Lifehistor-Inch-Tell. Okay. Aber erstmal muss ich noch, bevor sie Storm spielen. So lame, they don't have COA Dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal, if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's dream. Nathan Prescott, what's Nathan Prescott? Zach or Logan. Who knows? Bro's got a bro. So, Nathans. This can only be Nathan's room. Okay, ich gehe mal rein. 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 Ja, gut. Das geht auch. So gehts auch. Oh Mann. Okay. Ja, die haben Geld. Ist okay. Okay. Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. I really hope they were all consenting models. That is so Chloe. Herr Ashton, wir müssen reden. Oder ich erzähle allen, was du getan hast. Dafür wirst du bezahlen, Wichser. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chloe. Oh, Chloe. Okay. Okay. Was haben wir hier unten? Ein Leitwand zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Okay. Was haben wir hier? Oh Mann. Was haben wir hier? Foto. Projekte, ah. äh Benutzeranleitung, wichtige Vorsichtsmaßnahmen GP17, 9mm Pistole, Bedingungsanleitung Ich denke mal das ist die von Stiftel Hey meine Hübsche, sag mir was du heute Abend zum Vortex anziehst Damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein Ich habe meinem alten gesagt, er soll die Bohlenferien halten, damit wir in Ruhe feiern können Wenn wir schon im Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Oh Bastard Now I remember why I hate you And why Kate will get justice Oh man Sean Prescott So Nate Ich weiß Äh, diese Woche war anstrengend für dich Und deine Mutter und ich sind immer für dich da Wenn du reden willst, lass dir einfach einen Termin geben Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt Aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten Während der Entwicklung von Penn Estates brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn Ich weiß, ein Prescott zu sein Ist eine Last Und ich werde dich Schritt für Schritt auch vorbereiten Wie mein Vater vor mir Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete Aber eines Tages wirst du mir danken Mach dir keine Gedanken um Blackwell Es wird Zeit, dass wir dieser verschissene Stadt einen Einlauf verpassen Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt Für Muscle ist nicht Sohn, dein Vater Warte mal, er braucht einen Termin? Um mit seinen Eltern zu reden? Alles klar, der läuft Äh Äh Okay Appetitzimmer Alles klar Wow Kiss ass much, Principal Wells Ich möchte mich für die kurzen Geäußerten Menschen entschuldigen Ihren Namen und ihre Zeugnis zu sprechen für sich selbst Manchmal wollen andere Schüler sich dies ausnutzen Um sich selbst einen Namen Blackwell zu machen Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht Aber ich versicherte ihm Dass sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken Und bin sicher Diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft Wenn sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung Alles klar Ah Digger Was haben wir hier? Sieht sehr glücklich aus auf jeden Fall Magazin Nathan Prescott All American Teen Ratzen Boobs Die besten Titten Origins Crystal Brandneue Fotos Alles klar Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Schleifspuren Was haben wir denn mit dem Dürfen? Also etwa ein Geheimnis? Die X-Chrome-Kamera ist brand-new und kostet ca. 6.000 Euro. Bastard. Gucken wir uns das mal alles an, bevor wir abhauen. Ich dachte, Victoria hatte das Fotobling, aber... Das ist so süß und ironisch. Ich kann nicht glauben, Nathan hat es noch um. Dieses Problem belegt, dass Nathan Plaster offiziell der beste Person in der Welt ist. Das sind jetzt 26, die Eltern. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas übersehen? Nein, haben wir nicht, oder? Nein, haben wir nicht. Dann gehen wir wieder. Da müssen wir lang. Gib mir mal das Handy. Check this out. Boom, Nathan. Wir haben dich bei den Balls, fucker. Was machst du in meine dorm? Was machst du in meine dorm? Du bist so ein nöse, Max. Stop da, Nathan. Mach mich, ho! Ich will den aufhalten. Ich will den aufhalten. Oh! Oh! Oh, mein Kopf! Warum schaust du mich so an, hm? Du! Und du! Du bist alle tot! Let's go! Jetzt! Plus! Mein Vater ist auf seinem Weg! Du bist alle tot! Er hat dich! Du bist alle tot! Du bist alle tot! Also, das gehen wir raus! Ich bin froh, dass ich nicht rausgehalten habe. Keine Ahnung, was aber noch passiert wäre. Würde ich nicht wissen! Ist besser so! Verdammt! Das war intensiv! Warren! Ich... Danke dir so viel! Für was? Für Nathan Prescott! Das war super! Ich weiß nicht. Ich bin fast so großartig da. Wie Nathan. Du bist nicht so großartig wie ihn. Gut zu wissen. Also, woher gehst du? Ich besser mit euch mit euch. Just in case you need me to get my Hulk on again. Oder soll ich den Autos auf Nathan? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, vielleicht besser... Warren, ich und Max müssen das machen. Keine Ahnung. Das ist cool. Alles was ich kann, um zu helfen. Alles was ich kann. Was ich kann, ist, alles was du kannst, über Nathan's Vater. Ich bin auf. Between die Schnee und die Eclipse. Ich vermische, dass die Apokalypse ist in der Körner. Und danke. Sehr ehrlich. Ich werde dich später. Du besser. Ich fühle mich jetzt auf. Ich bin der Alpha. Ja, du bist. Du bist. Du bist so fucking in love with you. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe eine sehr gute Beatdown gemacht. Ich habe mich sehr schwer gemacht. Es war ein bisschen schwer, zu sehen ihn zu ihm. Jetzt machen wir einen mit Frank. Will er sogar answeren Sie? Frank immer answerte, wenn er will, wenn er Geld hat. Wie gesagt, Frank will mir jetzt sehen Sie. Let's not keep him waiting. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole's gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grow up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No digging around. Let's roll. Good, guys. Das war's dann auch wieder mit dem Part und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao. Whoo. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020